ach da war ein bleiben die jetzt die fertig ich muss das trinken ach so da sind rezepte ich auch mit essen ach und wir brauchen noch mehr mann plus maximale gesundheit ist doch auf jeden fall ich finde völlig nix naja was soll's kann ich doch nicht rüber ok ich will mal noch mal von diesem magenschleim wenn ich mehr smoothies machen kann so noch ein paar saubern kommst du an die bienen dran die darum fliegt welche fliegt über uns eine die fliegt ja ab und zu über lang ok so willst du nicht langsam anfangen mit leben zu bauen das ist aber stabiler eigentlich nur schmeiß mir eine bombe rein ich würde das so gerne machen die sache schon ins ding gepackt für die pfeile und so was denn was meine ich jetzt für die waffen was haben wir die eier und die eier sogar noch keiner kriegt ich will dich ja gleich uns wenn es dunkel ist mal gucken dann kommen die spinnen aktiviere sie um einen temporären schadensbonus gegen diese kreaturen zu erhalten ach was die kriegen schaden welches aktivieren temporären du kriegst ein ach so ok das ding zur base nicht mehr da Gute Frage Ja es ist immer wenn jeder in der Nähe seid dann sieht man es nicht so richtig Ah so Ich habe jetzt keine Maden mehr Hallo Pasi Das ist noch gut Hey no one likes a nosy neighbor Ah ich packe das Ding für die Pferde mal in eine Kiste dann kannst du gleich wieder herstellen Und dann gehe ich nochmal in die Ameisenhöhle Ah wo ist es denn da Ich komme mit den Ameisenhöhlen Ich will da auch mal rein Ja dann zieht der am besten auch eine Ameisenrüstung an Ja hab ich an Echt? Das ist eine Spinne Wie du hast die Anwärter damit die Marienkäferrüstung an? Wie du hast eine Marienkäferrüstung an? Ja was für eine sonst? Was habt ihr denn für eine an? Ja Es gibt Ameisenrüstung es gibt Marienkäferrüstung es gibt Bienenrüstung von allen Rüstungen Ne ich hab ein Ach Mensch Marienkäfer habe ich an Ja dann wirst du angegriffen von den Ameisen Dann werde ich angegriffen Ja da wirst du nicht von den Also von den Kriegerameisen Da kann man sich an Also macht es Sinn Ameisen anzuziehen Ja wenn du da rein gehen willst Wenn du da rein gehen willst Haben wir hier noch irgendwo welche rumfliegen? Ja müssen wir die Kisten Oder sind nur welche Juge die Kisten sind aber auch richtig voll und Nicht so sortiert In den kleinen Küsten Lohnt sich auch nicht zu sortieren für die Ja lohnt sich auch nicht Ah warte ein Ei Kleeblind Wow wenn ich ein Ei aufhebe greifen mich alle jetzt an Ah ja stimmt das hatte ich gerade gelesen Ja sagst du mir jetzt Aber du willst es sehen Hallo Schello grüß dich Ja mich verfolgen jetzt 20 Viecher Mhm Wir können die allerdings auch rumtragen Hab ich gelesen Ne sind gerade nur Also wir können ja das gerne mal machen Darf ich den gegen kommen oder? Ich hab alle bis auf eine abgehängt Okay dann geh ich mal rein und guck ob ich noch eins finde Ah komm Flo geh mal rein Ja ich mach mal schnell mal hier die Rüstung Ich hab keine mehr gefunden Ich mein wir können ja auch einfach alle killen Wenn wir zu dringend sind geht das auch so aber Ja du nimmst du geholfen weil ich die jetzt an Ui Boah warum werd ich schon wieder angegriffen? Ich hab doch noch gar nichts eingesammelt Ah hier sind aber noch welche Hast du drin? Ich hab noch drei stücke gefunden Passis hello Alles gut bei euch Hey there buddy What's up So jetzt muss ich nur lebend wieder raus Also wenn er müsste in die andere Richtung Ja das weiß ich Ah er lenkt ihm ab sehr gut Dann komme ich wieder raus Ich hab mich verlaufen Aber jetzt waren wieder mega viele da Und wir haben ein paar Bomben bauen Sehr gut Da ist es hier drin? Ja Da ist es hier drin? Soll ich nicht mehr drin sollen Ja Ohne Fackel ist schlechter drin Das ist eine Kacke Komm rein Mensch auch Spaß Ach du bist noch drin? Ja ja Ich sehe was Da sind diese Teile an der Decke Ein paar Stellen wo du diese Kleineren rausbasteln kannst Ja genau da kannst du welche draus basteln Ich bastel mir jetzt erstmal ein paar Bomben Hallo Hi Ach ja Ganz nett hier Wir brauchen noch trockene Grasbrocken Wer greift denn hier an? Irgendwie greifen wir nicht alle an ne? Mal einer Ne die Krieger greifen an die normalen nicht Achso Aber ich glaube wenn du in den Bau gehst Dann greifen die auch die normalen ganz gerne mal an Weil sie sich denken Nö 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 Already Ich weiß fois Dazu Warte ich muss ja kurz was gucken Warte, ich gucke. Nee. Nee, Eggi, doch nicht. Aber vorhin. Auf jeden Fall. Ich bin 13 Jahre alt oder darüber. Und du schlafen, Art? Ja. 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 So, also ich habe jetzt sieben Bomben. Da braucht ihr einer was zu essen? Nö. Ich habe acht Giftscheule. Also theoretisch können wir es versuchen. Was hat denn er für ein Problem? Was habe ich denn jetzt wieder Falsches gegessen? Och, ich raste aus. Ich habe einfach Falsches gefressen hier. Na, ich mache einfach noch ein paar von denen, die Max Gesundheit machen. Ich brauche noch ein bisschen Madenschleim im ersten Mal. Wie viel Giftscheule gibt es denn jetzt? Acht habe ich. Oh. Hm. Ich hätte die Base noch markieren sollen da hinten. Was hätten wir markieren sollen? Oh. Ne, das Ständchen ist ja, war ja oben. Ständchen war da. Die Base bei dem Lager bei der Nebel aber auch immer markieren können. Sollen. Ich habe noch ein paar Marken farmen können wir natürlich auch helfen die Marken zu farmen, dann gehts schneller. Aber. Ich habe da noch einen kleinen Schaufel. Ein paar Pülze. da ist und welche ist Mist. Nein! Nein! Ich war festgebackt. Oh, hab ich das Fields gesehen. Witzend. Die Hände sind im Haus stark. Nein, nein! 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 Nein, nein! Nein! Nein, du musst da nicht mehr mahnen mehr. So ist das für eine Scheiße. Nein, das ist auch wieder. Oh, da ist eine fette Spinne. Schieß dich jetzt mal an, auf Spaß. Ja, die sind aber nicht so schnell, ne? Du hast doch gar nicht die von hier hinten drauf. Klar, easy. Oh. Bisschen höher, muss ich durchziehen. Oha. Lima ins Lager. Ah, Mistviecher. 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 Ah, Mistviecher.